Nein! 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 So kurz am Auge gekratzt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Code Vein. Ja, machen wir mal hier den Buff. Kann ich den nicht benutzen? Ich bin zu wenig Verstand, ich bin zu dumm. Ja, jetzt sind wir zu dumm. Ist egal. Nein! Alter! Wo bin ich jetzt? Nein! Ich war für dich. Nicht dein Ernst jetzt, oder? Nicht dein Ernst. Egal. Wir brauchen noch etwas mehr. Sie wollen uns nicht passen lassen. Wir haben dafür gut benutzt. Wütend. Ach, da ist hier ein Shortcut. Sparen wir uns schon mal viel. Ja, ja, ja. Sorry, 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 sagt sie immer. Nur mit Julien. Bin ich jetzt richtig oder falsch? Ich glaube, hier bin ich falsch, ja? Nee. Doch. Doch. Bin falsch. Ei, wie war jetzt das? Wie war das? Wie war das? Wo bin ich gelaufen? Hier rauf bin ich gelaufen. Hier rauf bin ich gelaufen. Ja, klar. Dann würde das keinen Sinn ergeben. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt langsamer bin. Was beeinflusst das? Was beeinflusst das? Beweglichkeit. Aber nicht die Schlaggeschwindigkeit, oder? Ach, die Rolle ist dann kürzer. Hier mal den tollen Buff. Wissen wahrscheinlich selbst nicht, was der macht. Da drin war der Hebel. Dann geht's hier weiter. Genau. Hier bin ich dann auch gestorben. Ja, ja. Es ist wireless, um zu kabellos zu sein. Wasser. Einmal der schönste Finisher, oder? Das ist der schönste Finisher. Was findet ihr? Schön cinematisch. So, außenrum geht's hier. Aha, ja. Genau, jetzt werd ich fast wieder runtergestürzt. Das wär's jetzt. Just stay calm and keep going. Stay calm, ja. Da ist noch der Hebel. Heading there now. War irgendwo ne Tür versperrt? Ah, hier braucht man den Schlüssel. Okay. Wer geht's denn da noch hoch? Ja, weit ist das nicht mehr, ne? Königin Titan. Bringt mir jetzt gar nicht so viel. Jetzt, das war jetzt fast ein bisschen zu einfach. Ich erwarte als Gegner, der mich anspringt. Nicht mal. Ich glaube, wir können das klettern. Das ist eine Leiter, das kann man klettern, ja? Das stimmt. Ach. Guck mal, was da wächst. Ich werde da bald. Ich werde das nicht nutzen. Was ist denn los? Ich sehe ein Feind above. Willst du es weg? Und ich dachte, das ist jetzt irgendein spezieller NPC, der mir eine Schritt darf. Mistelwurzel. Aha. Den kann man bestimmt immer zurückkennen, wenn man will, ne? Das ist jetzt zum Schluss der Clou. Ah, unbegrenzt anwendbar. Ja, Dunstensverbrauch. Ja, 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 ja. Gut. Das kennen wir ja auch von Dark Souls. Da gibt es dann auch irgendwann die Fehler, glaube ich, bei Dark Souls 2 ist es. Und bei... Ach, was war es bei Dark Souls 3? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es halt immer so ein ewiges Rückkehr-Item, damit man sich die nicht da und kaufen muss. Aber ich muss sagen, mit den Rückkehr-Items in dem Spiel hier, bin ich eigentlich ganz gut ausgekommen. Bis jetzt. So viel musste ich gar nicht benutzen. Mir entgeht nichts. Mir entgeht nichts. Gar nichts. So. Jedoch, ähm... Ja, das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Das ist der Kriegerüberrest. Jedoch ist hier noch irgendwo ein, ähm, verbessertes, verbessertes, ähm, Heilungs-Dings-Booms. Und das müssen wir auch noch holen. Wie komme ich zu dem? Ich habe es schon gesehen, aber ich weiß nicht, wie ich hinkommen soll. Ich komme jetzt immer höher rauf. Ja, es war ein langer Trip. Alter, ich will das eigentlich schon haben, ne? Wo ist das, wo ist das, wo ist das? Da hinten ist es, ja? Ja, wahrscheinlich werde ich das noch im Nachhinein holen müssen. Ich gebe keinen Aufbau. Ich gebe doch keinen Rückzug. Nur Kampf. Vorunter Schlüssel. Nur Kampf. Kampf, 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 Kampf. Ja. 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 Das ist jetzt. Ja. 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 Sche, 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 Sche. Sche, 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 Sche. Sche, 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 Sche. Sche, Sche, Sche. Ein Aufzug. Ey. Komm, hab ich jetzt den Shortcut übersehen oder was? Da unten ist einer. Da unten ist der Shortcut. Dann müssen wir, wahrscheinlich über den Lift, Ja, sagtest du bereits? Ja, ja, ja. Mal gucken, ob wir hier noch das Teil kriegen, das ich davor... Da ist das Teil. Wir müssen da rüber. Da, da hinten. Da, da. Könnte ich da nicht runterjumpen irgendwie? Ne, gibt's nicht, ne? Wo? Hey, Feistos. Uh, Map hätte ich fast nicht gesehen. Das ist mal kurzes Backtracking. Ich will das haben da drüben. Wo war's jetzt? Ich will da drüben hin. Ich bin hier. Das ist da. Ich komm hier hoch. Ne. Ach, weiß was. Ich hole das einfach offscreen. Das, das macht so keinen Sinn. Das wird jetzt viel zu lang dauern. Wir sind eh so gut bestückt. Ja. Da vorne links. Oder rechts. Wo gehen wir hin? Wo kommen wir her? Jo, ist gar nicht mehr schlecht. So als Partnerin. Nee, ehrlich gesagt nicht. Das Zitan habe ich jetzt schon viel. Ich bräuchte mehr so... ...so Überreste und so. Wenn du siehst. Alter, das Zitan ist ganz stark. Guck mal an. Nicht mehr heilig. Nein. 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 Jo, ich bin zurück. Ich hab vorhin vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Ich hab halt hier oben, wo ich vorhin gestorben bin, den Gegner besiegt und hab von dem den Silberwolf-Schlüssel bekommen. Und mit dem geht's jetzt weiter. In, ich glaube, diese Richtung. Ah ja. Nochmal checken, ob die Aufnahme läuft. Ja. Nicht noch mehr verlieren. Ja. Also, man hat nicht viel verpasst. Aber, wie gesagt, der dicke Gegner nach oben hat einfach den Silberwolf-Schlüssel. Und fertig. Ich mache guter Use of this. Ich steig nicht mehr mit Herzen. Der griechische Gott, der schmiedet ist. Ich bin gespannt. Achso, genau, stimmt, der war ja Silva. Ich wollte gerade sagen, ich bin gestand. Gestand. Ich bin gestand. Ich bin gespannt, wer das nächste Gefäß ist. Wo war... Was? Vor mir? Wo bist du denn? Irgendwo da auf dem Dach, hm? Ja, uninteressant. Komm, gehen wir weiter. Oh, da geht's noch weiter hoch. Jetzt mal nochmal Blut. Also, die sind halt echt schwach. Ich verstehe die Mischung von dem, von den, von den Mobs hier nicht. Jetzt gibt's hier Feines. Wir haben richtig viel von dem schon gefunden. Was macht das da? Sushi-Tacos. Der Feistos, das ist jetzt der nächste Platzhalter. Er pullt, was machst du? Hallo, Io. Ja. Ja, ist jetzt blöd, dass ich den einen Teil hier von der Aufnahme fange. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Bisschen ausruhen, ja. Das ist bestimmt jetzt kein Fehler. Wow. Mal 117. Komm. Die Luft ist schwer. 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 Die Luft ist es schwer. Mitoh! Sie wissen, ich würde gerne bleiben und dich richtig begrüßen. Aber ich bin Angst, dass ich auf einem starken Schnellen bin. Was in der... Und wie waren sie? The humble hors d'oeuvres that I so generously prepared for you. All of the lost here. They were your experiments? You're insane. Ah, the main course has just arrived. Bon Appetit. Let's go. Warum erinnert mich, dass in Dark Souls? Rondstein und Smough. Oder Smough, oder wie wir heißen. Der Dicke, der Dünne. Der Schnelle und der Langsame. Warte mal, was passiert, wenn man einen da vorne rumbringt. Ich denke, ich weiß es schon. Der andere wird stärker. Oder was sieht aus? Oder sonst was? Komm schon, was? Fire and Ice! Kanonieren, Flinkträger. Entschuldigung. Was, was? Lass mich mal heilen jetzt! Anstrengend. Nein, ist nicht gut. Sorry, Jo. Nix, nix. Warte, Dark Souls Technik. Weglaufen. Stand draufhauen. Alter, komm. Warte, du bist ja fast tot. Kannst du mir jetzt eintöten? Alter, 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 Alter. Ey, 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 ey. Jo, konzentrier dich auf den. Gehen. Und mit dem Schwert. So, jetzt kommt der Moment. Und? Jetzt ist es von Dark Souls geklaut. Ah! Und lass mich jetzt heilen hier. Ich war es wirklich? Ich bin keine... Ich kann mich nicht hören. Ich kann mich nicht hören. Voll kack... Voll kack... Voll kackackt! Voll verkackt! Voll verkackt! Komm schon! Einen Schlag noch! Jo, mach du den letzten Schlag. Komm! Braver, Jo. Eine, Jo. Easy! Eisblut und brennendes Desaster. Jo. Eisblut. Eisblut, Eisblut. So viele Waffen schon. Also brennendes Desaster ist bestimmt eine Pistole. Eisblut. Eisblut. Ah, okay. Jo. Jo. Ähm... Wo war denn der letzte Mistel? Ich brauche dringend Teilung. Das ist jetzt nix. Einmal Misteln. Abmisteln. Oben bis unten. Gut. Aufnahme läuft auch. Das ist wichtig, weil jetzt... Das könnte ich nicht mehr wieder produzieren. Muss ich das ganze Spiel nochmal durchspielen bis hierhin. Dazu hab ich keine Lust. Und das war's auch schon für diese Folge. Wenn dir das Video gefallen hat und du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Oder lass mir ein Like da. Oder schau dir auch gerne eins der vorgeschlagenen Videos an. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme.